My blood runs... Wir glauben, dass der Junge gemobbt wird. Sie wissen, dass es heute einen Vorfall an ihrer Schule gegeben hat? Das sind meine Kinder, die können sie nicht einfach wegbringen. Du kannst nicht vor dir selbst weglaufen. Wer seid ihr? Nur ein paar Freaks, so wie du. Der Serienhit aus dem X-Men-Universum. Konzentrier dich nicht auf die Angst. Steh zu dem, was dich einzigartig macht. Wenn wir irgendwann wieder ein normales Leben führen können... Normal? Normal gibt es nicht mehr. The Gifted. Ab morgen, 21 Uhr, auf ProSiebenFahren.